Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute dabei ist der Skin Standard Ja Digga, hör mal auf! Es ist ja nicht meine Schuld, aber irgendwie ist es komisch, ne? Ja Leute, und damit ein schönes herzliches Willkommen zu diesem Video. Vor ein paar Tagen habe ich ein paar Kommentare gesehen. Ich blende die mal gleich ein. Hier zum Beispiel der erste Kommentar würde ich jetzt so sagen. Also, wo ist dein Cousin jetzt? Wie ihr gesehen habt, ich habe schon einen Clip eingeblendet von dem letzten Video, was wir zusammen gemacht haben. Er ist, also mein Cousin, ist nicht weg. Er hat nur keine Lust Videos zu machen. Oder ich weiß nicht. Ich habe auch keine Lust Videos zu machen. Wir sind halt so ein bisschen faul. Wir wissen nicht. Also, ich mache ja schon so manchmal Videos. Mein Cousin sehe ich auch nicht so oft. Und wenn ich da hingehe, dann... Ich mache doch nicht die ganze Zeit Videos, hä? Ich mache doch auch was anderes. Wir gehen auch Trampolin, keine Ahnung, irgendwas so einkaufen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit Videos machen. Ähm... Also, mein Cousin ist noch da. Er lebt noch. Der ist nicht gestorben. Ja, der hat sich auch nicht verletzt. Der ist ganz normal noch da. Alles ist gut. Wir kommen zum nächsten Kommentar. Der nächste Kommentar ist eigentlich fast gleich. Ich kann mit ihm nicht aufnehmen. Weil wir keine Lust dazu haben. Und alleine mache ich auch Videos. Also, ich mache öfter Shorts. Ich mache fast... Drei Mal in der Woche so ein Short. Könnt ihr euch auch ansehen. Und... Ich mache selber Videos. Aber mein Cousin... Nicht halt. Also... Manchmal komme ich zum... Und wenn... Dann fragt er mich... Hallo, wollen wir ein Video machen? Aber nur wenn er will. Ich will ja auch nicht immer Videos machen. Also schon wie gesagt... Videos machen ist anstrengend. Ihr könnt mit YouTube anfangen. Nach einer Zeit... Wird schon sehen. Es ist voll blöd. Die ganzen Bilder... Thumbnails... So zu machen. Diese... Bearbeiten alles hier. So zu cutten. Musik hinzuzufügen. Thumbnails... Kommentare... Irgendwas da aktivieren. Nicht für Kinder einstellen... Ähm... Ja, also... Weil... Wir keine Lust haben. Ja, manchmal schon. Also... Vielleicht kommt ja in den nächsten Tagen ein Video. Hoho... In dieser Woche vielleicht. Am Wochenende... Ich fahr zu dem... Zweimal in der Woche. Äh... So... Hehe... Ich will nicht zu viel verraten. Nächster Kommentar. Was zur Hölle? Ähm... Dein... Cousin... Ist... Dumm... Oh... Hä... Hä... Dein Cousin ist... Du... Dumm... Der ist... Dumm... Digger... Ihr wisst jetzt... Mein Cousin ist noch da... Oh... Was ist denn das für ein Bild? Das war früher mein Kanal... Banner... Äh... Oben... Ähm... Er ist noch da... Alles ist schön und gut... Vielleicht kommt ja in diesem Monat noch ein Video... Ich weiß nicht... Aber... Ich hab ihm schon selbst gesagt, dass er zwei Monate nicht dabei war... Oder? Ich hab ihn ja... Letztens gesehen... Äh... Vorgestern, ne? Ne... Gestern... Ja, das ist krass... Ich hab... Ich hab's ihm da gesagt... Und er hat irgendwas gesagt, dass er ein Video machen will... Aber okay... Ich würde sagen... Das war's... Mit diesem Video... Ja... Bis zum nächsten Mal, Leute... Ich kann ihn auch mal fragen, ob er bei einem Short-Video sein will... Keine Ahnung... Und dann würde ich sagen, Leute... Bis zum nächsten Mal, Leute... Bis zum nächsten Mal... Und... Tschüss. Abonnieren Sie diesen Kanal sofort.